Fulcignano Fulcignano liegt 800 Meter Richtung Süden von Galatone entfernt und ist das Symbol der Mischung griechischer und byzantinischer Kultur. Während der Blütezeit des Ortssteils Fulcignano gab es gewisse Spannungen mit dem nahen Galatone, vielleicht wegen der verschiedenen ethnischen, sprachlichen und kulturellen Unterschiede. 1335 kam es zu einem harten Kampf zwischen den Einwohnern der beiden Ortsteiler. Die Bewohner von Galatone gewannen die Oberhand über Fulcignano und zerstörten sie. Die Architektur ist eine der besten erhaltenen im Salento und erinnert an den islamischen Baustil. Die orientalischen Einflüsse wurden während der Kreuzhüge sowie aus Sizilien übertragen. Der Mauerring aus örtlichen Sandstein war etwas ganz besonderes. Er flößte dem Besucher ein Gefühl von Ehrfurcht wegen seiner Undurchdringlichkeit ein. Er war ca. 8 Meter hoch, 75 Meter auf der linksten Seite und 49 auf der kürzeren Seite lang und ca. 2 Meter dick. Er war ca. 8 Meter hoch, 25 Meter hoch, 25 Meter hoch, 25 Meter hoch. Er war ca. 8 Meter hoch, 25 Meter hoch, 25 Meter hoch, 25 Meter hoch. Vielen Dank.